Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Korath, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und heute beschäftigen wir uns mal ganz kurz schon mal mit dem Thema Haftung. Es wird in den nächsten Monaten noch ein ausführliches Video geben zu dem Thema Haftung im Feuerwehrdienst, aber es gab vor ein paar Jahren eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, wo sich die Haftungsrisiken für die Feuerwehr massiv erhöht haben, die, glaube ich, ganz, ganz viele noch nicht mitbekommen haben und diese Entscheidung, die besprechen wir jetzt. Ja, um zu verstehen, was sich überhaupt geändert hat, muss man zunächst wissen, dass man für Fahrlässigkeit und Vorsatz haftet. Man haftet also, wenn man was aus Schusseligkeit kaputt macht, fahrlässig, genauso dafür, wie wenn man etwas absichtlich kaputt macht. Schaue ich also beispielsweise auf mein Handy, während ich über die Straße laufe, dann stolper und dann vor ein Auto stürze und eine Beule im Auto ist oder der Lack kaputt gegangen ist, da muss ich den entstandenen Schaden genauso bezahlen, wie wenn ich absichtlich mit einem Schlüssel einen Kratzer in das Auto des unliebsamen Nachbarn machen würde. Das bedeutet zwar, dass ich eventuell, wenn ich etwas absichtlich kaputt mache, mich auch wegen einer Sachbeschädigung strafbar mache, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es wirklich nur um den zivilrechtlichen Aspekt. Muss ich es bezahlen oder muss ich es nicht bezahlen? Und das Ganze, was ich gerade erklärt habe, übertragen auf die Feuerwehr, ist das Gleiche. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich zum Beispiel als Einsatzleiter eine nicht optimale Taktik auswähle und es deshalb zu einer Brandausbreitung kommt und der Einsatzleiter das hätte erkennen können, er also schusselig gehandelt hat, fahrlässig, dann haftet hierfür auch die Feuerwehr, wenn er die falsche Taktik gewählt hat und dadurch mehr kaputt gegangen ist, also mehr abgebrannt ist beispielsweise, als notwendig gewesen wäre. Bis zum Jahr 2018 hat die Rechtsprechung jetzt versucht, den Feuerwehren zu helfen. Sie hat meiner Auffassung nach mit nicht wirklich rechtlich überzeugender Argumentation gesagt, dass die Feuerwehr demjenigen, dem man hilft, nur haftet, wenn man grob fahrlässig gehandelt hat. Also, um das Ganze jetzt nochmal vor Augen führt, bis 2018 galt, wenn man unserem Kunden, ich sage jetzt mal demjenigen, dem man helfen möchte als Kunde, wenn man dort etwas kaputt gemacht hat und das war nur einfach fahrlässig, dann hat die Feuerwehr dafür nicht gehaftet, weil demjenigen, dem man helfen möchte, unserem Kunden, die Feuerwehr nur für grobe Fahrlässigkeit gehaftet hat. Was aber schon immer so war, dass die Feuerwehr Dritten gegenüber, also zum Beispiel, wenn ich beim Nachbarn den Zaun jetzt im Einsatz kaputt mache, auch da schon für einfache Fahrlässigkeit gehaftet habe. Das hat sich jetzt geändert. Seit 2018 hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden, nein, das gilt so nicht. Ab sofort ist es so, auch demjenigen, dem wir helfen wollen gegenüber, haftet die Feuerwehr auch schon für einfache Fahrlässigkeit. Also rechtstechnisch gesprochen, muss man jetzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht mehr in besonders grobem Maße verletzt haben, was man brauchte für die grobe Fahrlässigkeit, sondern ganz einfach nur irgendwie fahrlässig, also schusselig etwas kaputt gemacht haben oder eine falsche Taktik gewählt haben oder, oder, oder. Also dieses Haftungsprivileg, was die Feuerwehr bis zum Jahr 2018 hatte, das ist jetzt gefallen. Seither haftet die Feuerwehr, genau wie jeder andere in Deutschland auch, allen gegenüber auch für einfache Fahrlässigkeit. Das hört sich jetzt vielleicht erst mal gar nicht so relevant an. Das hat aber eine ganz, ganz, ganz enorme Praxisrelevanz. Da in der Vergangenheit es nahezu unmöglich war, der Feuerwehr besonders schusseliges Verhalten, also eine grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen. Weil das mussten insbesondere die Versicherer nämlich nachweisen, um zu sagen, hier nicht die Versicherung zahlt, sondern die Feuerwehr zahlt, weil es eben ganz besonders schusselig von der Feuerwehr gewesen ist, grob fahrlässig. Tatsächlich gibt es auch schon eine ganze Reihe von Urteilen seit 2018, nachdem die Feuerwehr nunmehr auch aufgrund der einfachen Fahrlässigkeit haftet. Weil wie gesagt, einerseits ist einfach dieser Beweismaßstab, dass man ja vorher bei das nachweisen musste, dass es grob fahrlässig war, der ist weggefallen. Und andererseits natürlich auch einfach diese hohe Latte der groben Fahrlässigkeit. Auch die hat man jetzt ganz weit nach unten gesetzt, weil einfach jede Fahrlässigkeit schon ausreicht. Und das ist natürlich ein ganz anderer Haftungsmaßstab, wie es bisher die grobe Fahrlässigkeit war. Mehr zu dem Thema Haftung, und wo wir auch ein bisschen detaillierter auf alle diese Themen eingehen können, wird es in einem ausführlichen Video zum Thema Haftung im Feuerwehrdienst geben, was vermutlich noch in diesem Jahr, in einem der kommenden Monate dann auch erscheinen wird. Bis dahin hoffe ich, dass euch dieses Video auch schon mal ein bisschen was zum Thema Haftung im Feuerwehrdienst erklärt hat, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.